oh mein gott ist er hier bei mir hab ihn ja es war jetzt erst mal so als tipp schon mal eigentlich kannst du wie gestern hier ganz hinten rechts durch diese mitte da wieder den aufklärungsfall schießen schießt einmal fordern weißt du wo da sind sie ok omen und chat links ja immer noch richtig low richtig low nice ja okay plante hab sie muss mich heilen die war hier schon mitte oben kannst du einmal mag ja linke seite und unter heaven und oben links auf dem schild war er pass auf rap star und über dir über dir drin habe ich okay ich mache wohl let's go über oben oben glaube ich ct ich mache ja hab ihn let's go noch einer hat sich geheilt habe ihn okay jetzt sollten wir langsam hast du mitte sehr schön nein 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 oben hinter über dir links komm 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 er hat sich weg teleportiert er ist oh dragon ich habe keines maus mehr alles gut alleine für marco heute müssen wir die zehn siege hintereinander holen wir werden die so rasieren dass sie immer weiter aufgeben und dann geht das ganz schnell okay container ist komplett blockt der muss entweder oben durch oder an der seite oder ct hinten kommen sehr schön da ist auch okay ist okay so ein bisschen höher sein können ich gucke mitte hier tube oben ist sange in der mitte holy shit hier hat ulti nice ich bin kitchen kitchen hab sie b push b push pass auf b push wie kämpft püche ist zu hier oben ist auf spot oh schön einfach nicht sehe gerade er 10-0 was ich hab aus 7-1 wir werden so rasieren dass sie alle aufgeben wir haben eine stunde 10 wieder durch eine stunde 10 sind wir durch geil das ist motiviert konzentriert fokussiert so gefällt mir das doch so nächste komm kent auf baller dein pfeil hin und nach ok der war falsch der war zu sehr an der ecke b b ja go b brother ah der hört uns nicht ich vergesse rayner hooker gegner bei b gesichtet oha unser rayner der checkt gar nix oh mein gott sie ist down rayner ein gegner übrig hier bei mir hab ihn easy guck mal ich mach jetzt die oh ja zwei hier komm in lambs in lambs ich glaub phoenix ist in lambs ja 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 rayner ist in lambs zeit in a ein gegner übrig nice nachouts dicke gebiedern ja oh g laka nicht raus gegen oh geh weg geh zur seite geh pscht 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 nicht bewegen lambs gaben und jetzt drei zwei nein okay langsam nicht bewegen ja die sind hier bei uns weil die wissen dass wir hier drin sind hinter die mauer mal rechts an die seite ich muss einmal aufmachen ja sind weg nein hier ist noch so war habe ich okay marco kann es raus und dann links von dir schön schön abgeguckt um euro pro richtig ich liebe den die kommen a short einer ok reina ist sie zurück sie zurück einfach zurück ich flash einmal ja die kommen sind aber auch flash kommt schön ich glaube das waren beide hier ist keiner ist was bei dir auf lang die gegner sind noch ausgesprochen schlechten noch zehn sekunden ok schön das läuft sehr gut ich bin zu karlöchen guten morgen auch an dich schön dass du wieder da bist grüß dich wenn du heute zehn wind schafft die gehen rein sie haben mich wieder gewollt nein 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 sie hat mich einer war noch buka eine hinter uka nice reina hat sie da ist die bombe down so war ist in buka drin geht jetzt hinten raus schluss Ich habe Ulti, ready? Ich renne jetzt bei Kurz einfach mal rein und gucke, ob da welche stehen. Ah, nein! Da ist Markus' zweiter Win. Krass. Junge, das ist krass. Das ist krass.